So, jetzt müssen wir natürlich nochmal gleich gucken, wo wir denn, wo ich meine Butze mache. Du bleibst ja hier auf der Insel wahrscheinlich. Beim Spawn wäre es natürlich cool, wobei das da geschützt ist, dementsprechend geht es nicht. Und wir können hier nochmal das Fichtenholz anhauen. Müssen wir mal gucken gleich. Wir sollten uns auch mal auf die, guck mal, wir haben 64er Stack und fast zwei Stück, das ist cool. Zum Glück machen wir keine Facecam, ey. Wieso? Siehst du heute nicht so hübsch aus wie sonst? Nee, ich trage gerade das, äh... Du hast doch ein langes, goldenes Haar. Ein babyblaues Snoopy-Shirt trage ich gerade von Frau Bergström. Von Frau Bergström. Hast du das selber gemacht oder was? Nee. Nee. Das wäre doch mal was. Sie könnte uns mal T-Shirts stricken vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Kann die das? Für die Gamescom. Nee, kann sie nicht. Kann sie nicht, nee. Aber malen kann sie, wie eine Begnadete. Wie ein... Genau. So. Ja, ich überlege jetzt gerade, wo ich dann baue. Wobei ich jetzt natürlich ungern nicht hier weggehen möchte. Max. Beim Spawn geht's nicht, ne? Was ist mit meiner Musik los? Ich weiß es nicht. Guck nicht so traurig. Ach, Mensch. Okay, pass auf. Ey, pass auf. Hast du ein bisschen Fleisch? Nee, ich hab gar nichts. Ich hab Eier. Ich kann versuchen, einen Huhn rauszuschmeißen. Pass mal auf. Schmeiß mal einen Huhn raus. Und flupp. Hat natürlich nicht geklappt. Ey, warum wollen wir dich einfach mal auf Dinge... Hast du ein paar Fackeln? Ich hab 52 Fackeln. Aber das Ding ist, lass mich mal eben eine Kiste hier basteln. Ja. Dann nehmen wir jetzt... Ein Kistchen. Wir nehmen jetzt nur hier, äh, Schwerter und, äh, Spitzhacken mit. Ja, ja. Den ganzen anderen Kram lassen wir hier. Hast du schon Stein, mein Lieber? Ja, klar. Dann, äh, gib mir doch mit dir mal kurz ein bisschen. Ja, geht's aber los. So, pass auf. Bitte sehr. Rausgekotzt. So, pass auf. Ich mach mal hier die... Ich brauche zwei Kisten, ich voll raus. Ähm, ja. Das war natürlich sehr schlau. Ähm, so. So, 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 so. Und das reicht natürlich immer noch nicht. Sehr klar. So, hallo. Hast du noch mehr Stein? Ja, aber das brauch ich. Hast du zwei Stück nur? Nee, nein. Geh mal, geh mal, geh mal zwei. Ja, hier, komm. Du bist auch so ein Zigeuner, ne? So, wir müssen einmal ganz kurz alles hier reinfappen. Die Saplings könnten wir eigentlich mitnehmen. Haben wir jetzt getrennte Kisten, ja, ne? Ja, links meine. Ich muss die sowieso wieder abholzen, weil ich will die ja bei meinem Dingens haben. Ja, ja. Ich muss das nur einmal ganz kurz... Oh. Da hinten ist schon unser Begrüßungskommando. Ist das Ihre Armee? Moment, ich lass es erstmal. Ich sortier jetzt hier gar nichts. So, pass mal auf. Aber er hat auch ein bisschen was. Wo wir grad bei Far Cry Blood Dragon sind und Terminator und sowas. Er hat auch ein bisschen was von dem Terminator hier mit seinen rot glühenden Augen. Ja, so ein bisschen Robocop. Nee, Terminator. Robocop. Nein. So. Wollen wir uns direkt mal hier einen... Ja, ja, ja. Wollen wir feiern? Das sind zwei. Das sind zwei. Boah, Alter, wie viel rauskam. Richtig giftig. Schwein. Oh, oh. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Voll den Rücken. Oh, Mann, ey. Wir sollten von der Seite angreifen. Das ist, glaub ich, einfacher. Immer da, wo sie nicht hinkommen. Boah, hast du den... Alter, der war heftig. Du hast einen Backflip gesehen, Alter. Voll der Karate-Kick, Alter. Ey, immer schön die Knochen-Dings mitnehmen, ne? Ja, 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 klar. Ich werde da jetzt sehr heute Morgen aufgewacht. Ich dachte ja nicht, ey, lass ihn später noch der Bergmann so hin, weißt du, so hinterlistig, hinterlistig, listig reinfappen wird, Alter. Soll ich mal hier Fackel hinmachen, dass wir wissen, dass wir hier längs gehen, oder? Ja, mach doch mal. Machen wir mal hier so hin. Pass mal auf, da. Ups. Na? Kann man die nicht ans Laub machen? Doch, eigentlich schon. Nee, ans Laub nicht, nee, nee. Nee, gut, dann machen wir das anders. Dann machen wir das, ähm... Nun verbraucht doch nicht so viel Zeit. Wir wollen jetzt einfach nur hier schnell in die Höhle und sowas. Ja, nun warte mal, so. Das muss ja auch noch was aussehen. Ja, muss auch noch. Das ist ganz wichtig. Guck mal, da sind Zombies. Zwei Stück hinter dir. Also. Ja, egal. Ich will mich jetzt hier nicht durchfalten. Wir wollen doch jetzt erstmal Ressourcen. Wir brauchen Steinen. Wir brauchen Diamant. Soll ich, komm, den Hund nehm ich mit, ey. Du hast ja jetzt auch Knochen dabei, ne? Ja, warte, hier ist eine Spinne neben dir. Ja. Und, ja. Machst du die mal eben weg? Ja, ich mach die weg. Den Hundi, der guckt schon so süß. Ja, mein Süßi. So, so. Und das reicht. Freundchen, greif ihn an. So, sehr gut. Der Hund macht das. Die spawnen ja auch direkt hinterher, oder? Äh, ja. Gut, dann lassen wir ihn da mal in Ruhe. Wow, hallo. Wir brauchen dringend etwas Essbares. Oh, verrottetes Fleisch. Hast du. Ey, ey, ey. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Wow, 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 wow. Alter, gleich zwei Stück. Da ist noch eine hinter dir. Ja, da sind noch ein paar Zombies. Mach du mal die Spinne. Ja, warte. Yay. Nein, du bist tot. Das kann nicht wahr sein. Warum bist du tot? Das frage ich mich auch, lieber Sergeant Max. Da hat mir wohl jemand keine Rückendeckung gegeben, ne? Ich hab das gemacht. Ich hab das, ähm... Hier sind Hunde. Ich möchte doch einfach nur so ein Baumhaus bauen, Mensch. Bitte? Ja, ja, ich weiß, wo du bist. Vielleicht wartest du da kurz. Ja, ich mach dir mal eine Fackel hier hin, damit du das auch sehen kannst. Ich bin ja ein netter Mitspieler, ne? Nicht so wie der ein oder andere, die man so kennt. Ich hätte zwei Schwerter mitnehmen sollen, fällt mir ein. Ja, ach, jetzt guck mal. Wobei... Ja, ich hab die Werkbank dabei, also insofern ist es nicht so schlimm. Ich nehm jetzt noch mal ein paar Knochen mit, weil ich mach mir jetzt auch so einen Hund. Ich hab gar keine. Ich hab zwei Hunde, die laufen mir beide hinterher, obwohl der eine nur... Hupsch. Was? Hm? Hast du was gesagt? Nee. Warum nicht? Weiß ich nicht. Kannst du mal was sagen? Hallo? Ey, warum geht meine Musik immer aus? Alter, das macht mich grad richtig, äh... Oh, hallo! Oh, nee! Kommt wieder tot? Nee, aber ich werd hier gerade von allen Seiten... ...und von einer Spinne verfolgt. So, der muss weg hier. Pass auf, ich nimm mal ein paar... Erwarte mich mal am Wasser, bitte. Dann kannst du die Spinne hinter mir mal, äh... Ja, alles gut. Ich nimm mal ein paar Schneebäne mit, dann kann ich die gleich bewerfen. Stehwaldschlachten war früher schon immer mein Ding. Spinne! So, was soll Samen? Ja, nimm mal die Samen mit. Wir müssen noch Felder... Ach ja, jetzt machen wir alles. Wo ist denn die Spinne? Ach, da hinten! Genau. Warte mal, vielleicht... Ja, vielleicht treff ich sie, warte. Juhu! 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 Mö, 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 munster... Köül... 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 Keine Ahnung, was das da ist. Ja, genau. Und deine zwei Spitzhacken, kann das sein? Ja, genau, das passt schon. Und hier, dein verrottetes Fleisch. Und deine sieben Fackeln, bitte sehr. Vielen, vielen Dank. So, jetzt wird es auch wieder hell. Hast du eine Hülle gefunden eben schon, oder? Ich hatte vorhin, ja, auf jeden Fall. Komm einfach mit. Komm einfach mit. Knochen hast du jetzt nicht mehr, ne? Ne, aber ist egal. Wow, wow. Alter, ich hasse dieses Vieh, Alter. Soll ich ihn weghauen? Ne, sonst verfolgt er uns. Und wenn wir ihn da nicht töten, dann macht er uns das Leben richtig zur Hölle. Okay. Ich finde ihn auch nicht so wahnsinnig sympathisch, muss ich mal sagen. Creeper von links. Oh, Alter. Schwein. Das war rechts und nicht links. Wieso, ne? In die Richtung, in die wir gehen, links. Hier ist die Höhle. Oh, oh, oh. Wo bist du denn hier in so einer Höhle? Mann, Max, hinter dir. Du standest doch gerade genau vor mir. Hier. Nein. Nein, ich bin hier reingefallen. Kommst du jetzt? Nein, das ist doch keine Höhle. Das ist hier so ein Creeper-Ding. Hier ist eine Höhle. Achso, ja, okay. Da ist alles unten. Ja, gut, dann... Aber wir brauchen was zu essen. Der Hund, Alter. Hau ab. Boah, du kannst doch den Hund hier nicht schlagen. Das habe ich doch nicht absichtlich gemacht. Wenn der da so vor mir steht, kannst du mal gehen, Hund. So, Silber. Das ist gar kein Silber. Eisen ist das, ne? Ja. Gut. Und ohne. Ich habe keine Steinspitzhacke, Mann. Ich raste völlig aus gleich. Ich habe dir doch welche gegeben. Das kann gar nicht sein. Ja, ich höre den Ender hier bei uns. Schwein. Ich werde... Ich schreck mich gleich so... Oh, guck mal hier. Direkt durchgebrochen zur anderen Höhle. Ziemlich geil. Ziemlich geil? Da bin ich dabei. So, warte. Immer mal kurz hier. Ah! Oh, geh mal weg da. Ah! Wo denn? Wo dir? Wo dir? Ah! Ich habe ihn zugemacht. Hier, hier, drinnen. Okay, okay, warte. Warte, ich muss mal das verrottete Fleisch eben essen. Sonst geht hier gar nichts. Okay, Moment, Moment, Moment. Sterbe ich dann, wenn ich das nehme? Nein, du wirst nur vergiftet. Aber ich habe nur zweieinhalb Herzen. Nee, dann isst man lieber nicht. Ich weiß es nicht, hundertprozentig. Hast du irgendwas Essbares? Nee, leider nicht. Ja, dann tut mir das leid, liebe Leute. Aber dann muss ich nochmal eben raus. Nee. Komm einfach mit. Ich brauche doch was zu essen. Können wir außerdem mal die Kohle hier eben zu ändern? Ey, was, 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 was? Von wo, von wo? Nee, du. Du schlägst mich hier gerade. Oder der Hund. Nicht, ich habe nur noch ein... Ey, irgendwelche... Über uns, oder was? Ich bin tot, ich bin tot. Ich auch. Nein. Was war denn das? Bist du auch tot? Ja. Alter, was war das denn? Alter. Und was ist das? Ah, das war... Ach, weißt du was? Was denn? Hast du den Hund geschlagen? Ich habe überhaupt nichts geschlagen. Hast du den geschlagen? Ich glaube schon. Vielleicht hat der mich dann deshalb... Aber das war doch meiner. Ja, keine Ahnung. Warum tötet er mich denn? Ja, wahrscheinlich deswegen, ne? Vielleicht habe ich dich aus Versehen geschlagen. Der Hund dachte, er soll dich angreifen. Ja, warum tötet er dich denn dann? Ja, weil er sauer auf mich war vielleicht. Hunde sind ja bekannterweise... Bekannlicherweise nachtragen wahrscheinlich. Okay. Na egal, jetzt müssen wir... Erstmal wieder zurück. Ich habe jetzt gerade beschlossen, die Musik nachträglich im Schnitt einzufügen. Das bringt es dann auch derbe, ne? Ja. Ach, zumindest für die Zuschauer, weißt du, dass die das haben. Oh Gott, wo war denn das jetzt, ey? Ja, noch ein Stück weiter geradeaus. Und dann hier vorne gleich links. Hinter dem Mond gleich links. So, dann müssen wir aber gucken, dass wir das irgendwie fair aufteilen hier. Bist du drin? Ne, du? Ne. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich auch nicht. Ich dachte, es wäre hier. Hier ist es doch. Wo denn? Ach da. Hier. Ey, wie viele Hunde hier sind. Die Spawnrate ist echt heavy. Boah, ich sterbe gleich allein nur vom Runterfallen hier. So, rück mal rüber den ganzen Spaß hier. Da ist wieder der Hund. Da ist ein komischer Hund, ein giftiger. Ja, weil ich setze den da hin so. So, jetzt warte mal eben. Ich muss dir einmal deine Sachen geben hier. Alter. So viel liegt hier gar nicht. Das kann gar nicht sein. Ich hatte doch so viel Eisen und sowas. Wo ist denn das? Keine Ahnung. Hast du überhaupt irgendwas? Ne, ich habe gar nichts. Die Sachen sind alle weg. Ganz merkwürdig. Jetzt gib mir einfach irgendeine Spitzhacke oder sowas. Ja, du bist witzig. Wenn ich nur eine habe, dann kann ich dir ja keine geben. Aber dein Schwert ist hier. Da. Nicht mal mehr die Werkbank ist hier. Alles ist weg. Selbst die Fackeln alle. Alter, er ist richtig aggressiv hier. Hörst du das Knurren? Ja. Ja, scheiße. Was machen wir denn jetzt? Ja, dann baust du jetzt für uns beide ab. Alter, kann der mal die Schnauze halten? Aus. Pfui. Ach, hier sind die ganzen Sachen. Ah. Dann leg mal schnell die Fackel hier hin. Ich habe ja keine. Warte. So. Zack. So, warte hier auch noch. So. Beschütz mich mal, dann gebe ich dir die Sachen. Ja, mach mal über dir noch eine. Ja, wobei. So. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, ich sehe ihn. Du hast das Schwert, ne? Deins. Deins. Fackeln. Verrottetes Fleisch. Das da. Und das war auch deins. So. Ja, gut. Achso, hier, warte, was ist das? Achso, das ist auch deins. So. So, lieber Max. Alles da? Ja, passt schon. Okay. Alter, das ist ja eine Traktur mit dir hier. Mit mir? Krasse Sache. Das ist vor die gigantische Höhle hier. Hier liegt doch dein komisches Holzschwert. Nimm das. Ja, sofort. Nimm es mit, verdammt. Ich will es nicht. Hast du meinen Hund da hingesetzt? Nee. Keiner sagt meinem Hund, was er zu tun hat, außer ich, ist das klar. Wie nennen wir den? Wie nennen wir den? Übertrieben. Hier, überall. Ich habe hier von allen Seiten irgendwelche Fapp-Geräusche. Pass auf, ich nenne den Hund einfach mal. Ey, ey, warum geht dein Hund schon wieder auf mich los? Dieses Drecksding, diese Drecksköter-Scheiße. Entschuldigung. Alter, setz dich hin, Hund. Entschuldigung. Du bist so eine Sau, Alter. Ey, Entschuldigung, aber der hat mich schon wieder töten wollen, Mann. Ich habe darauf keinen Bock, Entschuldigung. Alter. Ich bin der liebste und netteste Mensch, weiß, auf diesem Planeten. Ich weiß das noch, damals, das muss ich jetzt mal eben erzählen. Da hattest du mal einen Server mit Fräulein Bergström. Und Fräulein Bergström hatte auf diesem Server Unmengen Stunden verbracht, damit Schafe zusammenzusammeln und die alle einzupferchen, dass die praktisch untereinander so eine Reibung erzeugen, dass da Elektrizität, ich weiß nicht, was die da vorhatte. Auf jeden Fall kam ja so ein Schäfchen in die Quere, aus Versehen. Angemerkt, was dann so einen kleinen Hit abgekriegt hat. Ja, direkt wurde ich gebannt, umgebracht und ja. Und du bringst meinen Hund um? Ja, deswegen, weißt du, wenn Frau Bergström nicht dabei ist, dann ist das ja auch in Ordnung soweit, weißt du. Aber wenn der mich jetzt schon wieder zum zweiten Mal töten wollte, das ist, tut mir leid. Der mag dich einfach nicht. Ja, aber ich verstehe nicht. Du musst ihm doch irgendwas gesagt haben oder so, weißt du. Der hat mich jetzt gerade die letzten fünf Minuten, als wir hier in der Höhle waren, nicht angegriffen und plötzlich von hinter rückt, oder was? Hast du vielleicht einen Knochen in der Tasche gehabt? Ja, ich habe Knochen, aber ich höre hier gerade vor allem. Ja, siehst du, dann wollte der wahrscheinlich da ran. Ja, hier sind schon wieder so eine Scheiß. Ey, Pfeil und Bogen ist das erste, was ich mir demnächst machen werde, wenn ich ein bisschen Geld im Konto habe. Ey, hier unten ist Lava. Du bist mir ein bisschen zu nachlässig, was Licht angeht. Ich weiß nicht, ob du da alles hochgeschraubt hast bei dir, aber ich bin hier. Es ist unglaublich hell bei mir hier. Hallo. Ich weiß nicht, wie ist denn die Helligkeit eingestellt? Ich schaue gerade mal. Ja, ich mache das auch mal bei mir ein bisschen heller. Helligkeit ist düster, komplett, aber das ist trotzdem hell genug hier. Okay, also ich kann alles sehen. Ich mache es jetzt auch mal ein bisschen heller hier, allein schon für YouTube später. Da weiß ich, dass es mal relativ dunkel ist. Das ist auch ein guter Freund von mir hier. Grüß dich, Herbert. Warum kommt, weißt du, da kommt es hinten an. Alter, geht's noch. Lass mal mit Zombies spielen und einen Creeper. Hey, weißt du was, Creeper? Bitte dich mal jetzt explodieren. Nein, 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 nein. Oh, hinter mir ist gerade einer explodiert. Ey, wie viele kommen denn hier so richtig hinterrücks und giftig? Das sind wieder diese berühmten fallenden Creeper hier.